Ich komme gefühlt gerade aus dem Schnitt vom letzten Vlog, der war nämlich gestern. Und jetzt geht es weiter, weil, egal wie oft ich sage, es ist geiles Wetter, heute ist es heftig. Wir haben bis zu 14 Grad und es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Oh mein Gott, ich bin so hyped. Ich und Luke fahren jetzt mit dem Fahrrad auf den schwarzen Grad. Und dann sehen wir mal, was wir heute so erleben. Weil gestern war schon heftig, heute wird heftiger. Ja, nice, los geht's. She's in love with the concept, as if we're all just how she imagined, cause we're in love, I just don't know. Hey Leute, ich fahre jetzt gerade zu Luke. Ich denke, wir geben noch ein Reh, wir besorgen uns irgendwas zu fooden und zu trinken und dann düsen wir einen schwarzen Grad. Oh mein Gott, ich hab's so gut. Oh mein Gott, ich hab's so gut. So, meine Freunde, fühlt sich Leben an. So, meine Freunde, so fühlt sich Leben an. Geht raus, Kinder. Erlebt etwas. Spielt nicht Far Cry. Ja, spielt nicht Far Cry. Spielt egal, was für ein Spiel. Spielt nicht, ihr spielt nicht. Also bei Fortnite ist das so eine Ausnahme, das muss, das darf gar nicht installiert sein. Aber alle anderen, geht raus, erlebt was. Gerade an so einem schönen Tag. Berge, Leute, Berge. 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 I'm so, I'm so, I'm so. I'm just singing cause it's over. Oh, Sabine. Was machst du denn auch für Sachen? Weißt du? So, Luke. Abenteuer Baum. Hier hoch, oder darunter, oder durch. Durch. Meinst du? Ja, hier oben drüber. Ich sag, untenrum ist schwieriger. Obenrum ist natürlich einfach hier. Okay, das kann ich ja noch nicht drüber. Oh, ne, hat doch gut klatscht. Das nennt man Abenteuer mit Cine Viro. Was? Mit Finne Viro, mit Finne Viro. Mit Cine Viro, achso. Da dachte ich, wie viel da aushält. Ich wahrscheinlich nicht. Hier wurde sogar reingeritzt. Mal. Scheiße, Mann. Durch. Was? Was? Ist so. Die Natur kann uns gar nichts, Luke. Ne? Wir sind viel heftiger. Oh. Geiler Arsch. Ja. Hättest du gehen, gell? Mhm. Die Abenteuerreise geht weiter über Stock und über Stein. Ohne Scheiß, der Weg ist nicht so einfach, ne? Der hat uns schon einige Probleme bereitet. Also egal, wie schön es hier ist, der Weg birgt echt Gefahren. Ich muss schon sagen. Boah, es ist so geil. Hab ich euch schon gesagt, dass ich hier im T-Shirt rumlaufe, weil es einfach warm ist. 14 Grad, Mann. Beliert. Oh mein Gott, das ist so nice. Und jetzt überwinden wir ein nächstes Hindernis, hier. Mach mal Limbo. Ja. Tat unten durch. Bestimmt. Okay, doch, Luke. Alter. Sabine, weißt du? Wie ich sag's da? Oh, cool. Sabine. Ist einfach nicht nett. Nett. Kommen wir da jetzt weiter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es sind sogar zwei, die haben einfach ihre Angriffsstärke erhöht. Ja, die kommen vor allem alle von da. Die sind ja schon alle irgendwie durch. Auch die Mutter mit ihrem Kind. Ist ja eben so. Aber das ist doch voll cool für dich. Ja, hey, ich find's allgemein voll cool hier. Ich mein, jetzt gibt's wieder Action hier. Oh, was? Ja, aber das ist voll viel, gell? Ja, ich sag ja, deswegen sag ich ja, ist komisch, ob wir hier weiterkommen. Okay. Alter, ich fühl mich wie ein anderes Land hier. Schreiben wir einfach hin. America. American Vlog. Und, oh Gott, oh Gott. Ich bin doch lebensmültig. Alter, ist das Ding riesig. Gönn dir mal den Baum. Ja. Der stellt sich gleich wieder auf. Ich sag's dir. Ist gut. Ja. Aber du siehst den einen, der ist heftig groß. Der ist heftig groß. Okay. Abenteuer-Vlog im National Yellowstone Park. Hier ist es schon ein bisschen krasser hochzukommen. Vielleicht geh ich da wirklich runter, gell? Ja. Ja. Komm. Herzig, gib dir rum. So. Cool. Mega. Mega. Das nennt man mal hier. Episch. Ich geh mal. Was denn? Alter, mal im Ernst, komm mir hier irgendwann an. So. Sind wir eigentlich irgendwie gleich abgebogen oder so? Nee. Sollten wir da durch, wo das... Alter, bei dir sieht es heftig aus. Guck mal. Da hinten beim Schnee sollten wir... Oh Gott, oh Gott. Oh scheiße. Musik-assi. Okay, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist super. Denk ich auch. Okay, aber hier spring ich nicht runter mit meinem Knie. Wie geht da runter? Ich spring da runter. Obwohl es eigentlich keinen Sinn macht. Vom Weg her. Auf der Kamera sieht es viel krasser aus, gell? Wahrscheinlich. Viel verschlungen, na? Hält's mal. Alter. Alter, an so ein Abenteuer hab ich echt nicht geglaubt. Wirklich nicht. Sabine, du hast deinen Job echt gut erledigt. Oh Gott, oh Gott. Nur an einem, äh, an einer Stelle so viel. Was? Ja, ja, ist so. Ich balanciere jetzt hier rüber. Mach das. Das hab ich geübt auf dem Spülplatz. Und hier auch nochmal. Ähm. Mach es gleich so, dass ich es schaff. Ja, ja. Endlich. Oh Gott, oh Gott. Wir werden verfolgt. Ist das gut? Ja? Wie läuft da diese Sicht? Da ist ja auch gar keine Schilder mehr. Vielleicht hätten wir auch dahinten müssen. Ja, ist ein bisschen dumm. Vielleicht sind wir komplett falsch. Nee, ich kenn den Weg hier. Wir sind richtig. Sieht schon fett aus. Boah. Alter. Heftig. Alter. Lohnt sich hier echt viel. Ach du Scheiße. Ich hab so das Gefühl, dass es hier irgendwie viel wärmer ist. Ja. Findest du nicht, dass das objektiv sieht so übertrieben geil aus? Ja, das sieht richtig clean aus. Ja. Luke. Ja. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass wir es geschafft haben? Und da vorne, in 10 Minuten, der schwarze Grad ist. Ja, das war... Da müssen wir auch mal hin und pennen. Ja, das hab ich mal gemacht. Ja, safe. Ja, lol. Als kleines Kind. Mit Konrad. Kann man sich wirklich geben. Ähm. Und jetzt sind wir gleich da. Ja, also auf jeden Fall, es fühlt sich sehr krass an, weil, äh, weil dieser Aufstieg, der war so krank. Allgemein, die an, hierher zu kommen, war einfach, das, das war hier eine Mission, das glaubt man gar nicht. Dieser Wald hat mehr Inhalt, wie ein gesacktes Kästle-Album. Also, Luke, was lernen wir daraus? Kinder? Geht raus. Geht raus. An die frische Luft. Hallo? Ja. So ne Luft kriegt ihr in eurem scheiß Gammelzimmer mit Far Cry 5 nicht. Das ist eins, was sicher ist. Richtig fight gegen Finn. Ähm. Ei, ei, ei. Schönes Jahr. Ja. So ne Luft kriegt ihr in eurem scheiß Gammelzimmer. So ne Luft kriegt ihr in eurem scheiß Gammelzimmer. Ich bin nur singin', aber auch immer. Oh, ja. 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 Oh. Oh, ja. Alter, ich lauf hier im T-Shirt rum und das ist einfach gar kein Problem, so richtig überhaupt kein Problem. Und ich geh jetzt noch Drohne fliegen, ähm, ja, lol. Oh, uh! Oh, uh! So Kinder, und wenn ihr ganz krass seid, dann könnt ihr auch noch in den Bergen Drohne fliegen. Go Fly! Go Fly! I like hanging over, you're more like Kim and I'm so nice to be a Kanye, I stand up like a soldier, but I'm a rock and roller, I take my rage and throw the flames into the water, but I try and I try not to need you like you need me, and I try and I try not to need you like you need me. I'm sick and tired of living in L.A.M. When the sun is out, but there's so much shame, I need a place to go with the seasons, and no one out has a reason to be cold hearted, to be cold hearted. I'm way too cold to hold ya, call me when it's over, I realized I'm just as frozen as the rest. I'm sick and tired of living in L.A.M. When the sun is out, but there's so much shame, I need a place to go with the seasons, and no one out has a reason to be cold hearted, to be cold hearted. I'm suffering from my soit! I say that can be cold hearted, to be cold hearted, to be cold hearted, to be cold hearted. I love warm you just handsome I know that out of Kabul simplemente helped sabers. I empezaron to be cold hearted here with the n acids to be cold hearted, to be cold hearted with the sun out of Kabul mind. I'm happy if I go up here with the sun, it's very warm you être calm, you'reimoilies. We're in the Denny race. I'm so scared and you're in the 2 points and you're in it agree with your sport as well. This is a lot more症ición, than you're outingzes other than amazing dog but there's a lot ofien corre you out there, Vielen Dank.